Heidenau's Neue-Vize nimmt die Amtsgeschäfte auf. Am 2. April hat Marion Franz ihre Arbeit als erste Beigeordnete in der Stadtverwaltung aufgenommen. Sie steht nun den Verwaltungsbereichen Schule, Familie, Soziales und dem Bauamt vor. Ihr Büro befindet sich im ersten Stock des Rathauses, direkt neben dem Büro des Bürgermeisters Jürgen Opitz. Mit Beginn ihrer Arbeit hat Franz erste Amtshandlung vorgenommen und sich einigen Einrichtungen der Stadt vorgestellt. Frühlingsbeginn in Heidenau. Nach einer langen Winterperiode zieht nun endlich Frühling in die Stadt ein. Mitarbeiter des Heidenauer Bauhofs beginnen mit der Bepflanzung von 250 farbenprächtigen Stiefmütterchen in der Ernst-Hellmann-Straße. So beginnt die grüne Jahreszeit in der Stadt mit einer bunten Begrüßung. .